So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein kleines trauriges Video und zwar war ich wieder dabei den Factory Key zu farmen und bin dann einmal als SCUF reingegangen. Es lohnt sich ja mit Sicherheit auch, weil man da einfach von dem Spawn her, wenn man zu einer guten Zeit reinkommt, auch extrem gute Chance hat den Factory Key zu finden. Ich habe mir wohl zu arg drauf verlassen, meinen Sicherheitscontainer, also immer den Notfallplatz, frei zu haben und bin dann die Strecke abgelaufen und habe ihn tatsächlich gefunden. Ich habe echt in dem Moment null damit gerechnet. Das war einfach so der, keine Ahnung, gefühlt 50. Run und er liegt eh nicht da, ja. Und dann gehe ich hin, loote sogar nach oben, wie ihr seht, gehe nach unten und dann liegt er da. Panik, tot. Ey, ich hätte ausrasten können. Ich hätte es so ausrasten können. Es war so heftig. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch schon mal sowas passiert ist oder was ihr davon haltet. Es war echt richtig kalt für mich. Ja, viel Spaß beim Schauen. Ciao. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck.